Guten Abend, Leute. Willkommen zurück zu Travel in Terrace Town. Heute wieder mit Martin, Patrick, Juliana, Mia, dem Heinrich, dem Christian, dem Daniel, dem Björn und der Shigo. Wer heißt Christian? Ich. Wer ist Juliana? Wer ist dieses Shigo? Echt, du kennst Shigos Namen nicht, das ist ja richtig. Nein, ich kenn Chigo nicht. Juli Confirmed! Juli Confirmed Trader. Ja eben, weil Nils kennt Sabrina scheinbar. Juliana ist es. Wer ist Juliana? Ich kenn nur Julio. Ey Juli! Ist auch Confirmed Juliana. Nein, 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 ihr Kinder, ihr seid gewannern! Nein, nein, nein. Wannern! Wo seid ihr denn? Ich find euch nicht! Oh Mann! Und da, ob da vor mir die Mitte ist. Alter, was sonst? Wir haben Juliana erschossen. Ich glaub, die wurde aber wiederbelebt. Juliana lebt wieder. Passt auf in der Mitte. Mittlere Etage in der Mitte, da ist ne Mikrowelle. Mittlere Etage in der Mitt... Schön hinten anstellen, ey. Das ist ne gefährliche Aussage. Hast du aber Julis Videotitel gesehen, ey? Guck dir die Videotitel von Juli einfach mal an. Seid das, ey. Jedes dritte das Penis. Das ist was die Menschen bewegt, okay? Ja, aber damit ziehst du noch keine Männer an, ey. Die geilen Gamer. Was ist denn los, ey? Wer wird zuerst? Was ist denn da? Manchen gefällt's, ne? Dado spielt ja nicht mit. Oh, oh. Oh, das ist schön feiert. Der war jetzt unter der Gäse. Das ist genau Dado's Niveau. Mir und Dado's Niveau ist von daher. Das ist genau Nils Niveau, ne? Ja. Nils geht gleich wieder. Ey, das kann da wohl nicht angehen. Kaka. 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 Nils Lieblingsthema. Nils kennt sich doch mit Fußballer. Der Fußballspieler war gut. Mit Kaka. Kaka. Das ist auch Julis Lieblingsspieler. Gibt's den eigentlich noch? Ja, ja. Mit Chapuisar eigentlich noch? Chapuisar? Den kenn ich gar nicht mehr. Echt nicht, nicht, nicht. Der hat doch beim Bayern sogar gespielt, oder nicht? Ey, hier ist ein Toter. Ein Toter. Cool Detektiv. Aber es könnte sein, dass hier jemand noch zum Dingens zurückkehrt. Er wird nicht mehr spielen, ey. Ich greife jetzt mal eine Plasma quer überschriftet. Guck mal, wo ich treffe. Alles klar, Nils. Bleib lieber mal unter dir. Chigo, was surfst du hier am Laptop, ey? Nicht meine Pornos gucken! Wir zocken gerade, du darfst hier nicht. Ach man, ey. Wo ist denn überhaupt das gleiche? Ja, und jetzt geht Nils dran. Oh mein Gott! Hey, Nils! Nils guckt Chigos Pornos. Wurde angeschossen. Das war Dalu. Das war Dalu. Ich bin oben bei Chigo und TauTau. Wann der war? Dalu hat dich angeschossen. Ich hab's ja auch so gewöhnliches Schick oder so. Ich hab's ja auch so gewöhnliches Schick oder so. Dalu ist hier oben. Ja, eben. Da, da, der Random Killer. Ey, warte mal, wieso ist die Tür da zu? Und dann war jetzt noch plötzlich. Was? Aber da standen so viele, ich weiß nicht, wer die geplantet hat. Ich nicht. Kundran lebt wieder. Ja. Ist Kundran jetzt safe? Ja, ich hab seine DNA und er ist respawned. Also ich mach ihn neben. Er ist unten irgendwo. Im Keller? Dann gehen wir nach unten. Hast du was zum Wiederbeleben fest? Mach der mit seinem eigenen Boomer rein. Mach ihn. Der ist im Förderraum. Wird's weg teleportiert? Oben. Hey, hier ist einer. Das oberen Förderraum. Immer noch drin. Taudau hat's erwischt, der arme Kerl. Komm raus, ey. Ich weiß, hallo. Scheiße, er hat wieder wen gekillt. Er ist oben auf dem Deck, Shigo's down. Nicht Shigo, nein. Der kriegt seinen Boomerang noch ins Gesicht, ey. Denkt dran, Leute, ich hab seinen Boomerang. Da ist er. Aber er zeigt nicht sein wahres Gesicht. Nein. Ich hab nicht geschossen. Hinten. Hey. Ja, ich hab seine DNA. Da ist er runtergesprungen. Ich hab ihn. Julie hat mir hinterher geschossen. Hab ihn. Schön, Grant. Hässlich, Grant. Hässlich, Grant. Hässlich. Das Beste zum Schluss, Fisk. Die blöde DNA über den Tod hinausgeht. Ich hab Fake, vielleicht geht's wieder nicht. Grant gönnt sich hier. I don't know. Da bin ich wieder. Die Runde war doch beendet. Ich hab ne Rifle gefunden. Super Ding, ey. Super Teil. Als das Spiel noch langsamer war, war die Rifle echt gut, ey. Als wir am Treppenhaus waren, hab ich gedacht, sonst eins schießt mich jetzt bitte ab, ey. Warum denn? Ach so. Hahaha. Hahaha. Ich dachte, du denkst, ich bin safe. Das war echt so nett. Nee, ich hab überhaupt nicht safe gefunden, ey, nee. Da wird geschossen. Ja, ich will so viel. Äh, Julie. Hahaha. Was war das, Rego? Was war das, Rego? Was ist denn da noch zugefallen, oder? Das ist der Gold, ey. Die Julie, ey. Wer spielt denn heut für dich, Julie? Wer war der zweite Traitor? Ich hab den Traitor überhaupt gemacht und die hat ihn gecatcht. Ja, das ist passiert hier auf der Mail. Was passiert? Das ist auf der Mail. Auf der Julie, wirf den Hörner rein. So, die gingen halt direkt weg zu. Ja, richtig drei. Ja, oder wenn du an der falschen stehst, geht sie in deine Richtung auf und klatscht die beim Öffnen schon weg. Das klappt ja nicht. Dann drehst du dich um und haust mich direkt um, ey. Oh Gott, was kommen da für Leute alle an, ey. Hä? Da gibt's noch keine Waffe mehr, ey. Guck hinter dich. Die beste Waffe, Ego. Da kriegst du gleich die Surf. Und du kriegst gleich die M16. Was? Alter, was geht Julie heute mit dir? Warum? Warum heute? Achso, okay. Ja, das war nicht so anders. Das ist ein Schlag. Du kannst nicht unterfallen von der oberen Seite. Du kannst nicht unterfallen von der oberen Seite. Nils ist auch... Nils ist... Nils im Wort von Maru da reingeloppt. Äh, total. Hallo. Hallo Maru. Oh nein, ich hab die... Ja, scheiße. Wenn Nils sagt, komm mal her. Dann geh ich weit weg. Aus Versehen. Ja, wer macht das denn mit Absehen? Mein Boy. Schreibt man total mit Haar. Nils. Ernehmlich mit... Ist Julie. Ey, es ist Kauter, Leute. Ja, es ist Julio. Nils, Grenz. Nils und Grenzen. Grenzen auf Nils. Jetzt war es nicht. Was sind das denn? Da hat gerade jemanden gehauen. Grenz war es auch nicht. Oh, nice. Guter Blitz. Okay. Ne, das hat mir geholfen. Als Grenz Leiche gefunden wurde, hab ich Tautor abgeschossen. Brennende Hölle. Ne. Vorher kill ich dich nochmal. Shit. Oh shit, oh shit. Der? Oh nein, jetzt hab ich den falschen. Wen wolltest du denn töten? Jetzt hast du ja noch auf mich geschossen. Curran? Ja. Der liegt noch. Nollier dich mit Maru. Okay, guck mal. Oh, es ist wirklich. Oh! Oho! Toll. Ich glaub es ist Maru. Ich finde, yeah, total. Shiro ist auch einfach so gestorben. Ja. Ah, perfekt. Okay. Hey, fuck your bitch. Fade. Fade. Ja, aber warum er meiner nicht triggert, das ist von Wollipik. Ich hatte auch einen Fade. Wenn man denjenigen zweimal killt, dann triggert es nicht. Als ich dich das erste Mal getötet habe, habe ich deinen aufgehoben. Ah, verdammt. Der droppt jetzt halt noch. Ja, aber nur, wenn du wiederbelebt wirst. Ah, so. Weil dann dein Inventar neu resettet wird. Wieder was dazu genannt. Wollte ich ja nicht gehen. Die Meta hat sich dann schon verändert. Nach 850 Forderungen. Ja, immer neue Updates. Das ist super. Jetzt gut, geh ich mal wieder hin. Jetzt diese Dead Ringer Fade-Meter. Dead Ringer. Dead Ringer war schon immer Meter. Na, Ring. Zeit, Schuhe dran. Ringe, ringe, ding, ding, ding. Ich erinnere mich noch daran, wie wir das jetzt erst mal benutzen. Ding, der Ring, ding, ding, ding. Der Dringer war schon nice. Also das war schon cool. Faze. Jetzt ist es halt so Standard und alle gehen immer davon aus. Der wird ja gar nicht, also der wird ja auch sehr selten genommen mittlerweile. Fade, Fade, Fade. Der Doppelgänger war auch geiler, wenn mehr Leute mitspielen. Der Boomerang. Der Boomerang ist momentan Standard. Ja, der Boomerang. Weil er das Baby ersetzt hat. Der Boomerang ist vor allem auch immer ganz oben. Der Boomerang ist einfach, äh, weiser als das Baby. Ja, Boomerang. Boomerang of Doom. Ja, vor allem er ist auch lautlos, ein Netzer wie das Baby. Das ist über die Komplett. Das macht immer, äh. Auf der Map ist vielleicht das Baby sogar stärker. Klar, weil du nicht ausweichen kannst. Nee, einfach weil der Boomerang nicht ruhig geht. Wenn es mehr fliegen kann. Aber das Baby, das räumt ja einen ganzen Gang auf. Nee, hier wegen dem Gegend, also wegen dem Wind auf Vorsee, ist der Boomerang gekackt. Irgendwer will jetzt hier grad ablenken und dann macht's Bäm. Und das Baby hat genug Sprengkraft in, in der Patronie aus, dass durch alles durchgeht. Voll in die Frise. Das Baby ist auch extra schwer gemacht. Nein, ich sag ja, es ist genug Schwarzpulver in die Büchse mit, äh, eingebaut worden. Ich bin verfruchtbar, der Achtet fest drauf, dass er nix vor mir macht. Gleich passiert was, Achtung. Haltet euch bereit. Jetzt Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Achtung. Halt, stopp. Jetzt kill ich. Achtung. Und sich tut's wirklich. Zack, tut der Traitor. Nils verfolgt mich mit Assault auf. Nils, in der Dill. Hier ist ein Baby geflogen. Oh, müssen Boom machen. Wir verpassen alles. Wir haben alles verpasst. Die ganze Action haben wir verpasst, ey. Schigo hat Fisk gemacht und Fisk, dann Schigo mit der Märtyra. Das war so gar nicht drin. Oh, verdammt. Wehrenfalle. Ich hab so tief geguckt, dass ich das Tee nicht gesehen hab, ey. Das haben Schigo und ich auch schon mal gemacht. Oh. Ja. Was war denn nochmal an dieser einen Stelle passiert, die wir leider nicht aufgenommen haben? Das, was niemals wieder passieren wird. Weißt du noch, Grant? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch, welche Map das war. Es war unmöglich, was da geschehen ist. War das irgendwas im Baseballbett? Ne, ich glaube irgendwie, da war auch irgendwas, was du werfen konntest. Das ist abgeprallt von irgendwas und hat dann den anderen, ey, keine Leute gekillt. Unmöglich, kann man nicht mal mehr erzählen. Man weiß es gar nicht, ne? War das so unrealistisch eigentlich, oder? So wie der eigene Typ da von 7-Blitz-Nap betroffen wurde. Ja, mit 7 Blitze, ey. Die sind vorher, die starben in die Arme. Dann hat er sich erschossen, weil er es nicht mehr tragen hat. Echt? Hatte ich gerade einen Leck oder hatten wir alle? Du hattest einen Leck. Du hattest einen Leck. Du hattest einen Leck. Du bist einen Leck. Ey, warte mal, wieso bist du im Trader-Room? Ich wollte gerade einkaufen. Wann ist der Part einem jemand vorbei? Hey, Webber hat Granz getötet. Ich habe noch alle Schüsse. Hat er nicht gerade mit dir geredet? Ja. Ich schwöre, ich habe noch alle Schüsse drin. Ich schwöre. Ja. Ich schwöre. Ich schwöre, Alter. Beim Moritz 3er-Pimper. Weil sonst glaubt man mir ja nicht. Eis-Knife, Eis-Knife auf mich. Eis, 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 Eis-Knife. Theoretisch kannst du dann eh nicht lange leben. Warum tötet er dich denn da nicht? Warum bist du, Shigo? Bist du sicher, dass du Eis-Knife wurdest, weil du immer noch lebst? Sieh, hier ist es noch gefallen. Hier ist Shigo. Jetzt aber erst, oder? Und womit? Dann war es die Bärenfalle. Weiß ich nicht. Ah, Bärenfalle. Nicht Eis-Knife. Aber ich weiß nicht, wer ihn gekillt hat. Das war so weird. Er war plötzlich tot. Dalu ist es. Äh, wieso? Ah, hier ist die Bärenfalle. Fisk. Dalu ist es. Äh, nein. Er ist ein Deadringer. Er ist ein Deadringer. Er ist ein Deadringer. Draußen oder drin? Drinnen. Irgendwo drin. Aua, ey. Wer schießt auf mich? Ich hab's nicht geschossen. Maru hatte, glaub ich, irgendwas komisches in der Hand. Den Negev hab ich in der Hand. War es den Negev? Okay. Maru, nicht auf mich. Franz? Franz wurde wiederbelebt. Er kann nicht reden. Wow. Maru. Wo ist der? Da, da. Er hat mich geschossen. Welche Dreck-Sau. Wahrscheinlich da. Franz? Ah. Franz ist ein Braver. Was ist denn? Hey. Im Treterraum ist einer drin. Im Treterraum ist einer drin. Einer von uns ist zu fett. Er ist zu fett. Okay. Da ist wohl keiner drin, ja. Ah. Ha. Hey. Oh, ich hab' gebollert. Ist... Ist leck' gerade bei mir wie die Hölle. Ja. Hä? Wer wäre hier schossen? Hey, da hat wirklich Tür. Hey, warum hast du hier erschossen? Hallo. Hallo. Wen habe ich mit der Tür weggehauen? Mich. Ich lebe doch noch, Juli. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. 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 Ciao, nein.